Dieser Scheißkönig ist so elend undankbar! Er ist so undankbar! Er wohnt jetzt schon seit einem Dreivierteljahr umsonst kostenlos gratis im Kuratis! Er schafft nicht, seine Bude sauber zu halten! Er kann den ganzen Tag nur rumliegen und saufen und alles dreckig machen! Aber er kann nicht den Katzenfutter kaufen! Warum nicht? Warum nicht? Warum bist du so ein riesengroßes Stück Scheiße, du Dreckskönig? Warum? Ich lebe seit einem Jahr ohne Geld! Und das weißt du ganz genau! Und du kannst dich niemals dazu bringen, mir das Geld zu benutzen, auch wenn du der König bist!